Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Mathematik. Heute geht es um drei Eigenschaften, die Relationen häufig haben können. Und zwar geht es um die Eigenschaften Reflexivität, Symmetrie und Transitivität. Das hört sich erstmal krass an, aber eigentlich sind diese drei Eigenschaften relativ basic und gut zu verstehen, würde ich behaupten. Wir fangen an mit der Reflexivität, das heißt, wann ist eine Relation eigentlich reflexiv. Wenn ihr nicht wisst, was eine Relation ist, übrigens das Video davor in der Playlist, das erklärt das alles. Okay, eine reflexive Relation sieht so aus. Wir brauchen natürlich erstmal eine Relation R bzw. Schlange auf einer Menge A kreuz A. Und wenn dann gilt A Schlange A und zwar für alle As, das heißt für jedes einzelne Element innerhalb unserer Menge A gilt, es muss in der Relation mit sich selber stehen, dann ist das Ganze eine reflexive Relation. Und das Ganze sieht dann so aus, wir brauchen wirklich jedes einzelne Element in der Relation mit sich selbst in unserer Schlange Relation. Das heißt, sowas wie größer als wäre natürlich nicht reflexiv, ja. Weil 1 ist nicht größer als 1, 1 ist genau gleich 1, 3 ist nicht größer als 3, 3 ist halt genau 3. Das heißt, reflexiv wäre das nicht, aber wir hätten zum Beispiel die Gleichheitsrelation, die natürlich auf jeden Fall drin ist. Übrigens, hier wird keine Aussage darüber getroffen, ob noch andere Elemente in unserer Relation drin sein können. Das heißt, 1, 1 muss zwar auf jeden Fall in der Relation drin sein, 3, 3 auch, 2, 2 auch, 4, 4 auch, aber 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2 oder irgendwas anderes Wildes aus der Menge, das darf natürlich auch auf jeden Fall da drin sein. Also eine reflexive Relation ist eine spezielle Relation, die eben genau diese Anforderung erfüllt, aber beliebige andere Anforderungen auch erfüllen darf. Eine andere beliebige Anforderung wäre zum Beispiel die Symmetrie. Und da kommen wir zu den symmetrischen Relationen. Auch hier wieder, das ist eine Sache, die gelten kann, was sonst noch zusätzlich gilt, das ist offengelassen. Aber wenn eine Relation symmetrisch ist, dann muss das hier gelten, ups, das war die falsche Seite, das hier muss dann gelten. Und zwar, wenn wir wieder eine Relation R haben, das muss man einfach formell dazuschreiben, und zwar auf A Kreuz A, dann muss folgendes gelten, damit das Ding hier als symmetrisch bezeichnet werden kann. Und zwar für alle A, B in A drin, das heißt, wir haben zwei Zahlen, die in einer Relation zueinander stehen, A Schlange B zum Beispiel, dann muss auch gelten, dass B Schlange A, ja. Das heißt, sowas wie zum Beispiel 1 Schlange 3, das muss gelten, bzw. wenn das gilt, dann muss auch gelten 3 Schlange 1. Also diese Pfeile hier sind in beide Richtungen, ja, 1 Schlange 3, 3 Schlange 1, das geht beides. Oder 2 Schlange 4, 4 Schlange 2, das ist auch in Ordnung. Was nicht passieren darf, denn dann ist die sofort nicht mehr symmetrisch, es darf keine einzige von diesen Dingern hier geben, und zwar das hier, also 1 Schlange 4, dann ist das Ding nicht mehr symmetrisch. Wenn wir 1 Schlange 4 und 4 Schlange 1 haben, dann ist wieder symmetrisch, aber nur 1 Schlange 4, das geht nicht. Das ist die Symmetrie. Dann haben wir aber noch als letztes die Transitivität, und das ist eigentlich auch eine, ja, das ist eigentlich die Komplexeste von den dreien, aber man kann sie trotzdem gut verstehen, finde ich, und zwar vor allem, wenn man es sich anschaulich vorstellt. So, selbstverständlich haben wir wieder eine Relation R bzw. Schlange auf A mit sich selber, und wenn wir dann eine bestimmte Eigenschaft haben, heißt das Ding transitiv, und zwar, wenn aus A Schlange B und B Schlange C folgt das A Schlange C, dann ist das Ding transitiv. Das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen komplizierter, und zwar, ja, sieht das Ganze so aus, also wir haben gegeben A Schlange B und B Schlange C, dann sieht das Ganze so aus, also 1 auf 3 und 3 auf 4, ja, oder 1,3 und 3,4. Jetzt, wenn das Ding transitiv ist, muss auch automatisch gelten, dass A Schlange C, also 1,4, in einer Relation miteinander ist, denn es ist ja transitiv. Das ist quasi genau unsere Bedingung. So, jetzt gehen wir das nochmal ganz kurz durch. Also, wir wechseln nochmal ganz kurz durch zwischen den dreien und überlegen, ob wir was kennen, beziehungsweise bei der symmetrischen Relation, da waren wir ja noch gar nicht, da haben wir noch nicht drüber geredet, ob es da vielleicht was gibt. Bei Reflexiv haben wir schon gesprochen drüber, dass die Gleichheitsrelation ist natürlich ein Thema. Bei der symmetrischen wäre beispielsweise, falls ihr euch noch erinnert an die letzte, an das letzte Video mit den Eltern als Beispiel. Wir hatten eine Relation, wo quasi die Teilmenge aller Menschen war, Menschen mit Menschen, und wir hatten dort eine Relation, die die Eltern miteinander definiert hat. Das war natürlich eine Teilmenge und das ist tatsächlich eine symmetrische Relation. Denn wenn A mit B ein Kind hat, dann hat wahrscheinlich auch B mit A ein Kind. Weil, naja, das bedingt halt einander. Man kann es gar nicht ändern. Das wäre ein wunderbares Beispiel für eine symmetrische Relation. Reflexiv ist das Ganze wahrscheinlich nicht, weil ich mit mir selber keine Kinder haben kann, zumindest nicht ohne Probleme, und auch nicht unbedingt haben muss. Das heißt, müssen ist hier das Schlüsselwort. Ich kann vielleicht mit mir selber irgendwie genetisch ein Kind machen, aber es ist schwierig. Deswegen bin ich nicht zwangsläufig in dieser Relation aus allen Eltern drin, wenn ich irgendwie in der Teilmenge von Menschen bin. Okay. Hingegen die Relation zum Beispiel, die Mutter von jemandem, dann, also als Relation definiert, A und B innerhalb meiner Menge hier oder meiner Relation haben dieselbe Mutter. Dann kann ich durchaus davon ausgehen, dass das auch symmetrisch ist. Weil wenn A dieselbe Mutter wie B hat, dann folgt daraus auch zwangsläufig, nicht, dass B dieselbe Mutter wie A hat, weil, naja, es ist halt dieselbe, ne? Jetzt habe ich hier allerdings sogar Reflexivität dabei, denn ich habe mit mir selber wahrscheinlich immer dieselbe Mutter, also A, A ist auf jeden Fall in meiner Relation drin. Dementsprechend habe ich auch eine symmetrische und reflexive Relation gebaut dadurch. So, und Fun Fact, das Ganze ist sogar transitiv, denn wenn wir hier mal davon ausgehen, wir haben einmal hier A und B haben dieselbe Mutter, ja, das ist ja Voraussetzung, dass wir überhaupt diese Relation hier bauen können und B und C, oder diese Transitivität fordern können, A und B müssen dieselbe Mutter haben und B und C müssen auch dieselbe Mutter haben. Dementsprechend hat auch A und C dieselbe Mutter, weil A hat dieselbe Mutter wie B, B hat dieselbe Mutter wie C, also hat auch A und C wahrscheinlich dieselbe Mutter, zumindest wenn man irgendwie daraus Schlussfolger möchte und die Relation richtig ist. Dementsprechend haben wir hier auch noch zusätzlich eine transitive Relation aus A und B und B und C folgt A und C. Die haben alle drei einfach dieselbe Mutter. Dementsprechend sind sie alle drei in dieser Relation drin. Das ist ziemlich lustig und damit kann man ein bisschen rumspielen. Da gibt es wahnsinnig viele Relationen, die man natürlich bauen kann. Ihr könnt mal überlegen, ob euch noch eine einfällt, die sowohl reflexiv als auch symmetrisch als auch transitiv ist. Überlegt da mal eine und wenn ihr eine habt, schreibt die mir in die Kommentare, denn ich glaube, das könnte auch anderen beim Denken ein bisschen helfen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.